Unser erster Versuch, nach verlorenen Golfbällen zu tauchen, lief zu Beginn besser als gedacht. Es gab aber ein Problem. Hier ist so viel mehr drin. Kriegt man alles nicht alleine hin? Deshalb heißt es in diesem Video, alles leer machen, alle Bälle sauber machen und schlussendlich verkaufen. Am Ende natürlich, um zu schauen, wie viel Geld wir verdienen und ob es tatsächlich lukrativ ist, nach Golfbällen zu tauchen und sie zu verkaufen. Wir haben einen zweiten See abzugrasen, wir haben den ersten See auch noch komplett auszuleeren. Jetzt gilt es, so viel wie möglich heute rauszuholen. Tag Nummer zwei, Versuch Nummer zwei mit drei Leuten, es werden wieder Golfbälle gesammelt. Also wir stehen mittendrin. Titel ist, heute nur die teuren Bälle. Das Problem war nur, Müll, Müll, Müll. Oh, nicht so schlimm war eh scheiße. Der Plan dafür ist so einfach wie genial.